Stiti, Vivekasana, ist die Stellung der beständigen Unterscheidungskraft. Sitze in Swastikasana, also gib einen Fuß von oben zwischen unteren Oberschenkel und den anderen Fuß von unten zwischen Ober- und Unterschenkel, wie es Raffaela gerade gezeigt hat. Dann verschränke deine Arme vor dem Brustkorb und wölbe dabei den Brustkorb nach vorne, Schulter nach hinten und meditiere dann über die entscheidenden Dinge. Die Beine sind gekreuzt in Swastikasana und damit in eine in Swasti in Wohlwollen. Die Arme sind vor dem Brustkorb, das könnte man auch hier sagen, symbolisiert die Beruhigung der Emotionen. Bist du im Wohlwollen und beruhigten Emotionen, dann kann Viveka die Unterscheidungskraft Stiti werden, das heißt stark, beständig und ruhig. Auch schönen Kinder. Super